Wenn man zum ersten Mal Cheats benutzt. Mann, das Spiel ist voll schwer. Bro, benutzt doch einfach Cheats, macht eh viel mehr Spaß. Cheats? Darf man das überhaupt? Wer soll dich denn kontrollieren? Hier, hast du sie. Danke, aber ich glaube, da bleib ich doch lieber bei Normal-Spielen. Okay, mach wie du meinst. Ich bin dann mal weg. Kreis X Dreieck. Was machst du da? Ich mach gar nichts. Gar nichts.